Ja, meine lieben Freunde, Nozil Brass ist back mit einer neuen CD der absoluten Sonderklasse. In gewohnter Qualität, technischer Perfektion und mit einer Prise Selbstironie bestechen die sieben tollen Hechte auf geradezu unglaubliche Art und Weise. Aber Lehrerworte, kurzer Sinn, übergebe ich nun das Wort bzw. den Ton der Musik und wünsche viel Vergnügen mit Nozil Brass. Neulich kam ein grüner Mann bei mir mit den Ufo an und sagte meiner Untertasse, wenn im Ganzen am Ende doch die Pflanzen. Gann man sie hier pflücken gehen oder im Geschäft erstehen? Ich sag den Pflügtieren nur so viele Blumen wie du bist, sie werden dir trotzdem eingehen. Auf dem Mond, da gibt es keine Rosen, auf der Venus blüht kein Edelweiss. Auf dem Mars ist es zu kalt für die Mimosen, denn auf der Sonne ist es ihnen viel zu Eis. Auf dem Mond, da gibt es keine Rosen, auf der Venus blüht kein Edelweiss. Auf dem Mars ist es zu kalt für die Mimosen, denn auf der Sonne ist es ihnen viel zu Eis. Auf dem Mond, da gibt es keine Rosen, auf der Venus blüht kein Glühter, unbedingt? Auf dem Mond, da